Leute, schaut Jujutsu Kaisen. Dieser Anime ist wirklich extrem gut. Animiert wird der Anime von Studio Mappa, die in diesem Jahr mit Jujutsu Kaisen einbezogen, insgesamt schon 3 qualitative und gute Anime hervorgebracht haben. Bleibt nur noch zu hoffen, dass sie Attack on Titan, also den 4. und letzten Anime von denen für dieses Jahr, nicht kaputt machen. Aktuell noch ist nur die erste Folge draußen und der Anime hat jetzt schon in eben dieser einen Folge Höhen und Tiefen bewiesen. Das Pacing ist sehr angenehm und der Anime fesselt einen beim Zuschauen, während der Plot auch einen großen Teil dazu beiträgt. Ein meiner Meinung nach großer Pluspunkt der Serie ist auch diese coole, aber auch unheimliche und düstere Atmosphäre. In dem Anime geht es hauptsächlich um Flüche und deren Bekämpfung. Der Anime beginnt direkt mit einer Frage, die aufgeworfen wird, die man zuerst vielleicht nicht wirklich genau versteht, in der aber auf jeden Fall mehr steckt als man denkt. Denn unserem Hauptcharakter Yuji Itadori passiert nämlich etwas Unglaubliches, was es soweit ich weiß in keinem anderem Anime gibt. Yuji Itadori ist nämlich der Protagonist, zugleich aber auch der Antagonist der Serie. Heißt für die, die es nicht verstehen, Yuji Itadori ist sowohl der Held, in Anführungsstrichen, als auch der Bösewicht bzw. Schurke. Durch den Finger von dem Dämon Ryomen Tsukuna, der by the way auch mit einem Fluch belegt wurde, gelang es dem Dämonen Yuji Itadoris Körper zu leben, nachdem Yuji Itadori aus bestimmten Gründen den Finger runterschlucken musste. Von nun an lebt dieser also scheinbar an seinem Körper weiter und somit haben wir zwei unterschiedliche, Persönlichkeiten, Herangehensweisen, Ziele und noch vieles mehr, aber nur einen einzigen Körper. Als Zuschauer stellt man sich hier jetzt die Frage, wie zur Hölle sie das Problem von Yuji Itadori handeln wollen und wie es mit ihm jetzt weitergeht. Denn genau an dieser Stelle des Videos möchte ich nun nochmal auf die genau allererste Szene des Anime aufmerksam machen, in dem der Typ mit dem weißen Haaren, also Gojo Satoru, Yuji Itadori in einer Art versiegelten Raum angekettet hat und ihm gesagt hat, dass sie sich auf eine Hinrichtung von ihm geeinigt haben. Nun, wir wissen zum einen nicht, wann wir dieses Gespräch zeitlich einordnen können, denn es sind Namen gefallen, die Yuji Itadori aktuell zum Beispiel noch gar nicht kennt und auch nicht kennen kann. Heißt also, dass dieses Gespräch irgendwann später stattfindet und somit seine Hinrichtung auch erst zu einem aktuellen noch späteren Zeitpunkt stattfinden wird. Wird er jetzt als Fluch angesehen, den man austreiben muss? Wird man ihn töten? Oder passiert eventuell was anderes, womit keiner von uns gerechnet hat? Welche Entscheidungen wird dieser Charakter treffen? Wer übernimmt die Kontrolle über den Körper? Werden wir eventuell komplett überrascht und unser Hauptcharakter wird tatsächlich böse? Nun, ob Yuji Itadori, also der Hauptcharakter, vielleicht tatsächlich der Major Antagonist wird, werden uns die nächsten Folgen verraten. Insgesamt wirkt Jujutsu Kaisen wie ein sehr gut geschriebenes Werk und ich bin enorm gespannt, was der Anime und Manga uns in Zukunft noch so bringen wird. Nicht umsonst hat der Manga eine so große Fanbase. Er ist abgesehen davon, dass das Opening visuell und vom Sound her ein absoluter Banger ist und in nicht einmal 24 Stunden schon die eine Million Views geknackt hat. Freut mich für Eevee umso mehr, weil ich diesen Künstler seit längerem feier und er scheinbar das erste Mal ein Opening singen durfte. Mit dem Song hat er auf jeden Fall ordentlich rasiert. By the way wird die erste Staffel vom Anime ca. 24 Folgen beinhalten. Ob diese aber in zwei Teile aufgeteilt und gesplittet werden, werden wir dann sehen. Würde mich tatsächlich aber nicht wundern, weil das seit Attack on Titan Season 3 irgendwie mittlerweile gang und gäbe geworden ist. Jujutsu Kaisen Sicherlich einer der besten Anime der aktuellen Season. Zieht in euch rein, bleibt gespannt und wenn euch das Video gefallen hat, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Teilt das Video, das würde mir und meinem Kanal wirklich sehr weiterhelfen. In dem Sinne, passt auf euch auf, wir hören uns dann das nächste Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.